Meinst du das schafft Karglas hier auch? Achso, zieht sich das durch dein ganzes Leben durch mit den Aussetzern? Nicht nur beim Auto korrekt, beim WLAN überall. Ich verstehe. Sorry. Ja, ist halt sehr, sehr schwierig für Apfelgeräte hier ohne Qualitätsoption im Stream zu verfolgen. Ja, wer weiß, was du angestellt hast. Ich will jetzt nicht sagen, du hast es verdient, dass es böse wäre, aber wer weiß, was du so angestellt hast. Vielleicht rechte ich das dann irgendwann, weißt? Aber das ist nur so eine komische Theorie. Ich wünsche dir nicht, dass sich deine Taten, die du angestellt hast, im Leben irgendwann einholen. Das wäre zu böse. Aber ich vermute es. Dann links drei, den rechten drei, lang und links sechs. Sechzig öffnet sich durch Wasser. Ja, das glaube ich, die ausworten. Hier allein. Nein, nein, nein. Wow, wow, wow. Das will kommen hier, ey. Wow. Wow, oh, wow, 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 wow. Dieses, mein Auto möchte sich immer auf Stach legen. This is ja fast march. This lege ich 1,7 zurück legislat füreren vorne. Das ist ein按 differenzicht. also schlecht für deinen velika dann rechts drei verengung überbrücke und 60 Ja, wenn sie schon alle gegen dich verschworen haben, noch 1% zuhören, bin ja nicht so. Ein Püree komplett selber gemacht, Kartoffeln und Packungen drin, na klar, du bekommst noch ein kostenes Getränk. Na, schade doch, Zweiter, aber sind wir, ja, Gesamt Dritter geworden, nice, ja passt doch, Gesamt Dritter geworden, passt doch, wunderbar, das freit mich. Und das auch natürlich ohne Vorsorge. Ja, weiß ja hier, ich bin momentan nicht in der besten Verfassung, vielleicht wären es da bald 1,5, who knows, who knows, who knows. Ja, nein, haha. Siehste, manche haben nur 0,1, schau, dann stehe ich ja mit meinem 1% gar nicht mal so schlecht, aber. Senorita. Siehste, wer solche Freude hat, braucht keine Feinde. Also haben wir eigentlich erfüllt die Sachen, die wir erfüllen mussten. So, wunderbar. Ja gut, bei der Siege irgendwann mal innen dabei. So, jetzt probiere ich mal das mit dem Online zum Laufen zu kriegen, weil einige Verrückte von euch gegen mich erfahren wollten, die wollten mich fertig machen, uns vernichten und zerstören, das ist kein Problem, das lasse ich schon zu. Ich habe hier 1% gegeben, also ich habe hier 1% gegeben, du hast 0,1 hier. So. Tu mir deine Emotes hier. Ich halte mit Fett, ne, ich muss aber noch anmerken, dass der Wert heute um einiges größer ist. Das sieht aus wie so ein Coin-Kurs hier. Wie so ein, äh, was weiß ich hier, Litecoin, Bitcoin, Dogecoin und sowas. So, nächstes wäre Italia. Aber erstmal schauen, dass ich jetzt mit dem Online zum Laufen kriege. Genau, es geht hier um Sie. Ich tue dich da jetzt nicht mal in Vordergrund stellen. Zu mir hält eh keiner. Genau. Wer weiß, wer weiß. Multiplayer. Hot Seed. Ria, hast du Lust mit mir auf den Hot Seed zu kommen? Online. Okay. Okay, dann schauen wir mal kurz. Oh, ne, Moment. Muss ich mal kurz... Muss ich mal kurz was probieren hier. Geht das überhaupt? Ne, warte mal. Zurück zum Menü. Mehr Spieler. Online. Geht aber nicht. Jetzt muss ich mal schauen hier. Geht aber nicht. Du bist das Maskott? Ja, passt ja. Wenn du dann da immer hier schön neben mir rumtanzt, sexy Outfit, ist das ja kein Problem. Das stört mich ja nicht unbedingt. Das lenkt mich zwar ab, aber ob mich jetzt der Chat ablenkt oder du ist ja hier. Ist ja was anderes. Das gleiche. Ja. Kopfkinn und so jetzt hier. Gags passt auf, ich habe. Meine Entscheidung ändert, ich weiß so nicht, wie es geht, aber jetzt halte ich 100% zu ihr. Das passt, ist ja okay. Wenn es um Frauen geht, dann verraten sich hier die Männer. Freundschaften sterben dadurch, auch 20 Jahre lang, Freundschaften. Jetzt muss ich mal kurz gucken wegen der E-Mail, mal schauen, mal kurz abchecken. Hier ist es ohne Momento Geist, ohne Momento Geist. Spielen. Hier steht bei Netzwerk. Gags TV. E-Mail-Adresse habe ich auch da stehen. Anmeldung prüfen. Konto erstellen. Achso, was soll ich denn für eine ID eingeben? So, Gags TV. E-Mail. Passwort. Ja, machen wir das längste hier. Ja, das Beste. Äh, Gags, okay. Kontoerstellung erfolgreich. Überprüfen. Gültigkeitsprüfung erfolgreich. Wunderbar. Wird angemeldet, mehr oder weniger. So. Ja, äh, viel Spaß damit. Hallo. Ja, ich habe eine leisere Tastatur genommen, weil die allgemeine, der Meinung war, ist es zu laut. Und ich habe jetzt auch leise getippt, aber, äh, Ria, wenn ich richtig wieder drauf haue, so wie du es halt brauchst, du bist dir gefällt, so spanken und so, dann, ähm, beruhigt sich das schon wieder. Ja, keine Angst hier. Online. Ja, habe ich gemacht, aber das geht nicht. Online. Dubstep. Schaffst du es mit dem Online? Also, ich habe mich gerade angemeldet und habe es alles registriert, aber ich kann trotzdem nicht online spielen. Ich habe schon wieder so ein E-Maus von deinem Chef da. E-Mail-Adress verified, okay, habe ich, habe ich sogar nochmal verifiziert, alles mögliche, aber irgendwie geht es, glaube ich, trotzdem nicht. Ich schaue noch mal, ich checke es gerade noch mal hier. Ach, was für ein, was für ein Blödsinn hier. Also, so. Ich probiere es gerade hier zu laufen zu kriegen. Ich habe nochmal eine E-Mail-Axtra, nochmal bestätigt, jetzt mal schauen hier. Mehr Spieler online. Jetzt geht's. Wunderbar, ich bin Level 1. Die, ja, die sind ja auch cool. Die sind ja auch cool hier. Ich sage ja nichts. Ich sage ja nichts, das ist ja okay. Hast du mich in der FL hier? Dubstep. Bist du in unserer Gruppe? Oder mich in der FL oder so? Nee, wir wissen, das ist Community. Wie kommt man in unsere Gruppe rein? Ich glaube, dass ich so etwas wissen würde. Gruppen. Ich bin ja nur in meiner. Bist du denn hier irgendwo zu finden? Da bist du ja. Ich nehme nur die Leute auf, dann in der Zeit, mit der ich zusammen spiele. Weil sonst wird es zu voll. Die Liste ist eh schon im Überquellen. Das ist doof, sowas. Ich kann leider nicht alle aufnehmen. Und deswegen nehme ich halt dann nur die auf, mit denen ich dann gerade spiele. Das ist halt am fährsten. Sonst ärgern sich manche Leute. Gut, ich weiß es ja. Ich habe jetzt extra das höchste Alter genommen, wo ich kein Ärger kriege. Alter Leute hier. Das kann ich gar nicht machen, man ist so viel. Okay, passt. Ja, sicher bist du drin. Wir haben doch schon Formel 1 gespielt. Also wie gesagt, nicht böse, sondern dass ich nicht alle annehmen. Mal die Liste quillt über und ich nehme mal die Arme, die ich spiele. Und nachher ändern wir das wieder. Genau, Hauptsache von Jährich Hexia. Ja genau, darauf war ich hinaus. Obwohl ich weiß, dass du noch viel cooler bist. Online-Really-Spiel erstellen.